Der Hauch des großen Geistes liegt seit einem Jahr. Der Hauch des Anbeginn der Zeit über der Ebene und beflügelte die Evolution. Mächtige Geschöpfe bevölkerten Mutter Erde, bis Pflanzen vergingen und Quellen versiegten. Nur die Stärksten und Klügsten überlebten und setzten sich im kargen Land durch. Die Könige dieser Zeit, die Anmut und Freiheit verkörpern, sind die Vögel. Sie sind die neuen Wächter über Steppe und Prärien. Ästhetisch, leicht und mühelos, als Vorbild für weitere Generationen. Der größte unter ihnen ist der Strauß. Er ist schnell wie der Wind. Doch fliegen kann er nicht. Er steckt lieber den Kopf in den Sand. Ich sagte, in den Sand. Ach meine Güte, die sind ja so blöd. Mein Gott, sind die bescheuert. Auszubildende Charter. Wir müssen die